Was geht ab Leute? Ja und wir sind heute zusammen hier in Schierstein mit Longboards und werden heute hier ein bisschen mit Longkursen. Vielleicht da oben auch. Und lasst euch überraschen. Ciao! So Leute, wir sind hier in einer Überschwemmung in Schierstein. Ich habe es nicht mitgekriegt, wie es passiert ist, aber jetzt seht ihr es mal. Und ja, wir sind hier einfach mal vorbeigefahren, da haben wir es gesehen. Da hinten alles voller Wasser und Treibholz. Ja, das ist sehr hoch, das Wasser. Und wir hoffen, dass wir heute nicht da reinfallen werden. Heute werden wir zu Schürcherner Brücke gehen und ein bisschen den Rhein zeigen. Der erste Teil kommt bei mir hoch und der zweite Teil kommt bei Ihnen hoch, QuackTV. Und ja, ich hoffe, ihr schaut beide Teile an und wir machen auch mehr Videos zusammen. Wir werden auch vielleicht einen Kanal zusammen öffnen. Also, heute schau auf die ganzen Videos, die wir zusammen machen werden und alleine. Also, gleich geht's weiter. Dass ihr überhaupt wisst, worum es geht, zeige ich euch jetzt, worum es geht. Hier ist der Schürcherner Hafen. Da hinten ist die Schürcherner Brücke, die man jetzt nicht genau sieht. Und später werde ich euch ein Bild einblenden, halt ein paar Bilder einblenden, wo ihr richtig den Rhein sieht. Und den Schürcherner Hafen. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht jetzt sofort wieder auf die Boards und gehen zur Schürcherner Brücke. Darauf habt ihr bestimmt alle gewartet. Wir sind jetzt endlich auf der Schürcherner Brücke. Wir gehen noch grad ganz hoch, damit es auch richtig cool wird, den Sonnenuntergang zu beobachten. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. . Untertitelung des ZDF, 2020